hallo freunde und willkommen zu landwirtschaftservolator 22 und wir werden diesen riesengroßen traktor rosszell marsch rsm 2375 aus testen wir haben ballen strohballen sammelwaage dabei und wir fahren einfach mal los zunächst einmal die höchstgeschwindigkeit gibt es nicht wirklich gewisse woran das liegt dass er so viele reifen hat er hat nämlich 8 er schafft nicht mal 30 mh leider das ist nicht mehr mit diesem traktor sehr sehr lange ich habe ihn auch zu testen aber das war ein fehler auch fehler das war ein dritter zu teuer diesen traktor den empfehle ich nicht zu nehmen das wäre ein deutlich bessere politik naja ist jetzt aber zu spät Nun muss ich die Bühne passen können. Links ist eigentlich schon los und da würde ich jetzt am liebsten den Faktor hinschmeißen an der 11 Bühne weiter machen. Ich habe auch nicht mal den Kompakt mit dem Kompakt. Das kann ich alles machen. Aber wahnlieblich lange ist nicht oben. Kommt mir jemand an die Straße, das ist echt schmal für den großen Traktor. Der ist mega langsam. Weißt du, was langweilig ist, was du jetzt hier hast? Diese Langsamheit von den Traktor. So, schmeißen wir die Bühne von der Seite. Den Black, das ist die Bühne. Und da. Gleich. Oh, mal wieder. Mal wieder. Lüste. Mal wieder. So ein langsamer Motor, oder? Ja, nehmt ihr, bald sieht man die Kanzel, das habe ich mir schon sehr oft gesagt, ah, sieht ihr hier unser Pöderband, ist schon an, der Löffel, nehmt, ah, da seht ihr, ja, liebe und im nächsten Video werden wir gucken, wie wir die Stromhallen zusammen sammeln, ciao!